Was ist geschehen? Was für ein Albtraum aus der tiefsten Halle. Was für eine Akkukalypse. Zerstörung. Tod. Alle tot. Alles zerstört. Ah, hört ihr das? Dieses Albtraumgezeter. Es wird lauter. Los weg. Keine Chance. Weg. Weg. Sie kommen. Wir sind der Aufruf. Nein, Moritz. Sie kamen über die Hügel, niemand konnte sie aufhalten, die Indios und die Mayas hatten es vorausgesagt. Das ist das Ende der Welt. Rette sich, wer kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können sie nicht besiegen, aber wir versuchen sie aufzuhalten, damit die Bevölkerung sich in Sicherheit bringen kann. Halt dich drauf Leute, halt dich drauf. Das sind die Invasoren der Indios. Sie kommen vom Mars mit ihren Feindwellenmaschinen. Sie zerstören alles. Feuer, wir müssen die Angestin aufhalten. Wehten 4, Psalm 23,4 Ob ich schon wanderte im Pfingstamtal? Möchte ich kein Unglück, wenn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Alle Einheiten, Alarmstab. Blaue, CA Manchmal hilft sich die Natur selbst, wenn wir nicht das verhindern, wie in diesem Fall hinter uns. Gott sei Dank nur eine Geschichte, aber seid nicht so sicher, denn wir haben noch nicht den 22. Dezember 2012. Der Tag an dem der Maya und Indio Kalender endet und das Ende der Welt vorhersagt, alles möglich. In diesem Sinne, euer Harlequin FJ.